Willkommen zurück! Wie ist er nicht allein? Wo ist mein kleiner Schatz? Ich bin der Schatterin! Hi! Ja, da kann ich nicht mehr helfen! Jupp! Da hinten stehen sie wieder! Da hinten stehen sie! Okay! Ich will mal ne neue Fähigkeit ausprobieren! Fähigkeit! Ich hoffe ich kann das jetzt! Nein! Hat mich gesehen! Hat mich gesehen! Kann ich dir was von euch? Mh... Mh... Nur mit deinem Moltov! Jupp! Ist doch nicht! Doch! Die kommen doch eh! Das alle kommen! Ich hab genug! Ich hab genug! Ich hab genug! Wir kommen hier! Ja! Okay! Uh! Kiste! Ja geh an die Kiste! Ja komm! Hier ist Wasser! Hier ist Wasser! Und hier Wasser! Ja wir! Oh! Ey jetzt sag nicht wir müssen da rein! Nee! Nee! Ich glaub nicht! Guck erstmal hin! Guck mal hier hin! Hier müssen wir hin! Hier müssen wir hin! Ja! Ja klar! Das ist mal hier richtig! Zack! Mollmoll! Warte auf andere Spiele! Ja! Ich bin jetzt mal wieder hier bauen! Medikits! Hab ich was? Da will ich nie wieder auf Null sein! Ich hab auch zwei Wattel! Und wieder Motors bauen! Die benutze ich fast gar nicht! Ja dann gibt's sie mir! Ich kann vier Stück bauen! Mach dich fest! Okay! Wunderbares Wetter! Jo! Das muss es sein! Ganz anders! Nacht überlebt! Ungemacht! Ahlala! Okay ins Wasser oder in die Müllsäcke? Warte! Ich hab neue Fähigkeiten! Ich will eigentlich zum Quartier! Yeah! Geil! Ach den hab ich schon lange! Ankerfähigkeit! Lass mich raten! Dieses... Seil-Ding! Ja! Ja! Hab ich schon lange! Aber deswegen will ich zum Quartiermeister! Den jetzt auch! Ja! Den müssen wir uns aber auch beim Quartiermeister abholen! Okay! Soll man ins Wasser springen oder in die Säcke? Fuck! Wir können das Schießgehen! Achtung! Wir können das Schießgehen! Ganz sicher! Servi bist du da? Ja! Alles klar bei dir! Das ist Bar! Das ist Bar! Das ist Bar! Das ist Bar! Gut! Hör zu! Die Antenne braucht Saft vom Urspannwerk! Und dafür brauchst du die Schlüsselkarte! Verstanden! Wo finde ich sie? Such in den Containern danach! Sie sollte in einem von ihnen sein! Danach suchen? Die Karte ist also vielleicht noch nicht mal da? Nein! Sie ist schon dort! Ich weiß das weil der letzte der etwas ähnliches vorhatte es bis zu den Containern schaffte bevor der Kontakt abbrach! Aha! Alles klar! Ja! Die sind auch wie viele Kisten! Ja! Machen wir die auch! Also meine 99 Plus gehen gar nicht mehr weg ey! Nicht schlimm! Wenn sie mir wieder ausgehen sind sind nur noch 7. Nur! Ich hab über 100! Ich kann immer noch weitere 100 machen! Ach so viel brauche ich gar nicht! Ich hab gar keine mehr produziert oder so! Ich hab schon eine Axt gefunden! Kreuzretter! Cool! Sie können neue Gegenstand herstellen! Chill! Wurfsterne brauche ich gar nicht ey! Die verkauf ich immer! Ja! Aber ich bin immer voll! Schlimmbrecheisen! Ach! Die Schmodderwaffen brauchst du nicht! Verkauf! Da bin ich die Kohle außer 7000! Was hast du? Brecheisen! Ich hab hier so voll die Mega-Axt! Okay! Schwert Dingsbumster! Ja! Ich bin voll ey! Weil ich jeden Scheiß einsammel! So! Hier ist keine Schokolade! Ey! Wir müssen hier da hinten in den Containern gucken! Schnur! Kaffee! Statue! Wo? Hier! Im Haus! Hier war ich doch drin! Ach da! Boah! Ich laufe voll an der vorbei! Hey! Wo sind denn hier Container drin? Ja! Da wo die gelben Punkte sind! Hier ist noch ein Haus! Warte ich! Da kommst du nicht rein! Irgendwie! Doch! Nein! Ich bin drin! Hä! Ich stand davor und konnte nichts machen! Okay! Heute noch? Ja! Du weißt schon, dass du voll daneben fummelst! Aber richtig daneben! Jeder ist aber bei dir nicht anders! Ich bier doch mal mit deinen Fingern! Und weiter! Es ist Grundschott des Schmaltigen Gernenschen! ganz gut meine Waffe aber warte die Schippen um Rücken zu mir das ist ein dicker oder ich leide gerade nach hier ist ich komme schon das ist eine Meisterzone nicht Mann doch hier ist doch ein großer Aua ich bin der Seite angegriffen bitteschön ok von hinten kommen sie nicht Aua Danke Aua um ganz nicht warten bis ich weg bin ähm die haben dich und singelt da warte ich mich nicht ja ich wollte aber nicht drauf gehen gehst du schon nicht ich pass ja auf auf so kann ich dir eigentlich Schaden machen ne ok ok gehen wir links oder rechts gut ok wir gehen der die 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 Tür ist auch zu. Ich guck auch, das war. Soll ich irgendwas sagen? Das ist ja nicht Geld. Ui, wohl. Hast du auch immer sehen. Schocken wohl. Ich hab alles eingesammelt da drin. Eventar voll. Zack. Okay. Zack. Ich muss gucken, was soll ich. Ja. Und drauf. Einmal. Zweimal. Das ist gar nichts. Äh, ich muss da rein kommen. Oh! Was sollst du denn? Das ist ein Zombie. Ja, klar. Ja, klar. Wir müssen zum anderen kommen. Irgendwie ja. Was ist hier sonst nix? Wir sind doch noch ein paar Sachen. Elektronisches Bauteil. Spur. Meul. Okay. Kann man weiter? Super. Fehlanzeige. Auf zur nächsten Station. Willen offen. Okay. Äh. Da. Brücke. Da. Ganz viele. Warte. Warte. Ich mach das mal den hier. Was machst du denn? Was schießt du denn den? Ich schieß voll auf die drauf. Das ist grad gegen das Auto geschossen. Die kleine Absicherung. Äh. Äh. Absicherung kriegen glaube ich nix. Äh. Guck auf die andere Seite. Ja ja. Wie kümmere ich mich jetzt? Ach da muss ich keinen. Geil. Geil. Wir müssen da rüber. Aha. Ist was geil. Die Kiste. Die Kiste. Shit. Was? Haut ab hier. Ich will in Ruhe. Ich will in Ruhe. Kiste knappen. Aua. Was denn? Wie was denn? Was denn jetzt? Ich bin in der Hilfe. Ach so. Ups. Ich komm ja schon. Frieden. Ich halt die Tür frei. Ich hab schon grad gesagt gehabt. Halt die Tür frei. Geil. Weil hier Regen ist, hilft dieser Strom-Mod jetzt voll. Ist ja cool. Ja. Der ballert jetzt frischig rein. Komm herr. Bumm. Schock hier. Bumm. Neue Kraftfähigkeit. Habe ich schon leider. Drelelele. Boah, wieder hier voll die Pakete. Ja, ich glaube, wir müssen hier über die Kräne. Nein. Ja? Nein. Verarsch mich jetzt nicht. Ja, wir müssen über die Kräne. Nein. Was ist denn hier überhaupt? Ja, in einem Wohnwagen. Was ist denn ein Wohnwagen? Wohnwagen. Wisst ihr was? Ja, eine Zombie-Figur. Oh, sehr gut. Du hast mal eine Zombie-Figur gesehen. Du bist mal nicht an einer vorbeigelaufen. Fertig mal auf. Zu mir. Jetzt seh ich auch eine. Und? Hahaha. Oh, äh. Oh, äh. Oh, das ist einfach am Dach. Ich hab's gerade in dem Haus gesammelt. Ach so. Dann mach du mal. Ich geh was schlachten. Boah, der Elektromock bei dem Wetter ist echt geil. Ich muss mal ein Kappel kurz finden. Boah, das leitet sogar weiter. Hm. 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 Oh, das ist schlecht schon, Alter. Aber nicht mehr. Nicht, nicht mehr. Oh, das ist ungefähr vorbei. Ich bin der weit hier ab. Ah. Na ja. Ich geh schon mal weiter. Ah, ich bin ja ehwig. Schnellen, Schötener, so. Schümmel, eigentlich. Mann, macht der Spaß! Das ist mal ne gute Frage, wie kommen wir auf den Kran? Ähm, was weiß ich. Wir decken, wir können auch über die Brücke. Au! Weil er auf die Brücke hochkommt. Ja, mach mal, ich folge die Glöcher. Es ist gerade ein leichtes Pöpfen, sonst kam es durch die Kärme zu zweit. So, die Brücke. Ist nix. Okay, ich bin bereit, ich komm. Nein, ich hab mich trotzdem nicht zergeschlagen. Schnell heilen. Ich spüße, Tauch. Ich bin auf der Augen hier hoch. Ich such grad auf, dass ich irgendwie anders hochkomme. Ist schon auf der anderen Seite, wenn er geht. Oh, ich bin drüben. Der ist schneller. 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 das da schon wieder 0 das Wasser Schwimmen! Einfach rüberschwimmen! Aua! 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 So ist kein Stein nehmen! Die sind zwei, deswegen! Boom! Bin ich hier rüber gejumpt, ey! Du siehst du? Du siehst du siehst du? Deine Tofu! Du siehst du siehst du siehst du siehst du? Ja! ähm, direkt hin, hier oh, bitteschön thank you Pondition leer ich hab so lange die kleine da keine Muni mehr das ist toll, aber oh, bär so, die hab ich auch noch ja, fettig, das wird hier so, zwei Schoßende hier ist noch ein Spucker ich hab so gesagt, da ist ein Spucker ja, den einen hab ich erledigt, aber wo ist der andere? da geht's da hin das ist doch schneller so, da muss ich auch noch da ist doch einfach nie so, da ist doch schon, der hat Fall up the head Nein, ich war da schon drin, da ist die Karte. Wo schnell was kaputt gegangen ist? Kaffee, Kastik, Mol? Ja, wie gesagt, in einem Ding Kasten war ich schon drin. Alkohol, Material. Jetzt kann ich aber auch mal Alkohol aufziehen. Hier. Die Linke angeblich, wo das die Segel klappt. Was das denn jetzt klingelt? Ich habe keine Kamera geklingelt. Grootvinden. Was das denn hier? Nein, Blind Fisch. Wie Blind Fisch? Spanskartoff. Okay. Ich könnte mal einen Schiff fangen brauchen. Guck mal, was? Nee. Die geben nur so Spitzhacken die brauche ich nicht. Ich brauche mal meinen Quartiermeister. Wie kommen die eigentlich wieder raus? Ich habe sie, Sammy. Die Schlüsselkarte. Die sind ein Geist. Aufzug, Spannberg. Es ist ganz in der Nähe der Antenne, innerhalb der Umzäunung. Ich bin ein bisschen zufrieden. Oh, wow. Ja. Nein, nein, nein. Ich kann auch mal nichts sagen. Ja. Ist das nicht schon, dass du gar eine Insel hier? Was ist so gar eine Insel? Ja. Ach, kommt doch nicht aus. Ja. Laufen, laufen, laufen. Sehr viele drücken laufen. Ah, das wirst du eigentlich nicht. Ja, mach doch mal ein tolles Drücken. Ja. So geht das. Hier ist noch einer. Ja, der hat mich gerade gehauen. Hier hoch? Scheint so. Äh, mir fällt mal auf. Wir laufen hier nachts durch die Gegend. Keine großen. Ja, ne? Wundert mich gerade. Ich gucke. Oh, 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 oh. Ich komm mir hier rein. Aha, der trifft mich, aber ich eh nicht. Ich gucke. Ich glaube, wir müssen einen anderen hier ziehen. Ja, ja. Äh, hier. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Ah. Explodieren und zeigt mir alles. Aua. Oh, oh. Was? Der ist ein Spucker. Wie der am Zittern ist. Okay, den Spucker schnapp ich. Melodie, ne, ne, ne. Auf einmal ist ein Zombie vor mir. So. Das war ein Außerlandsschein. Den Puck, den ich hab. Die Klinge war so glatt. Ja. Wo meinst du? Das war jetzt cool, ja? Ja. Die Klinge war so glatt. Das war jetzt so ein Zittern. Die Klinge war so glatt. Ja, ich spreche alles wieder zu sehen. Ich dachte nicht, das war hier so ein Spring-Fuzzer. Komm. Was ist denn? Löhne noch nicht. Komm, nach außen. Geht ne Leiche. Ich bin drin. Du warst zwischen seinen beiden. Geh dich mal. Geh dich mal. Sieht ja geil aus. Wie. Wie. Scheiße. Wohl, 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 Wohl. Eingeschaltet. Jetzt. Ich steh jetzt. Ui. Gut Ries. Das ist ein Kass. Ja ja. Ich glaube eher jeden. Boah, ein Ries. Das ist ein Kassel. Fertig. Sehr gut. Jetzt musst du die Schaltscharflampf fern. Du musst das meistens benutzen. So. So, du bist schon da. Du. Du. nachher. Ja. Das ist ein Kassel. Du bist. Hier ist auf der Straße. Dritt. 2, oder? Hat du nur noch zwei. Weißt, kein Problem. Zum Schwarzchen. Ein bisschen da hochkommen. Aua! Kann ich... Shit, ey! Aua! Was machst du da? Ähm, ich belebe dich bestimmt jetzt nicht wieder, wenn hier zigtausend von diesen Racern rumstehen. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Scheiße, das Kabel ist gerissen. Was stehen hier gerade... Das kann doch wohl nicht wahr sein! Was ist denn da? Einen! Aua! Ok. Siehst tot aus. Fließen sie den Verstärker an, bevor die Bomben fallen. Da kommt noch einer. Ich guck grad, fliehen wir da hoch? Komm! Das war vorhin noch nicht offen. Ich stöhne nicht so rum. Was ist das stöhne? Das kann jetzt dauern. Ich bin jetzt oben angekommen. Ich glaub wir haben eine Luke übersehen. In dem Fall oben. Hä? Hä? Auf die andere Seite. Komm Scheiße hoch. Durch den Gitter. Durch den Gitter. Ach du Scheiße. Der Gitter. No. Good. Sooo... Ah... Ja... Ja... Nur wegen eines scheiß Grundgeräts. Was ist das denn, der dann sowieso? Wahrscheinlich der Zeit verballert oder stört und wir hängen da Zeit vor. Da stehen Zombies auf und sind kein wenig. Das ist jetzt zwei Stück. Das ist jetzt mal anders. Du musst die Frequenz eines Geräts anpassen. Meine Macht ist nun gemodt. Alles klar. Aber es ist gut, du kannst später einen Seil umführen. Ich habe Seil gerade gesehen. Ja, das ist jetzt gleich noch mal da ist. Und der andere. Das ist so Zweikling. Ich sehe gerade aus, dass wir Zweiklingen haben. Monster fettig. Boah... Boah... Wir haben... Das geht nämlich an den Ding da hoch. Äh... Wie weit ist das? Ganz da oben. Ja... Wurst... Wo drauf? Da... Geil... Wie geht das? Da... Geil... Wie geht das? Das ist doch knapp. Was denn? Ich wäre fast runtergefallen. Äh... Ich glaube das würde Beton. Ja... 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 Geile Flacken. Äh... Äh... Wie sieht nichts? Und natürlich hört es erst zu regnen auf... Nicht oben an. Ich gehe jetzt gar nicht oben. Flage... Charg... Und sonst hier oben? Ich bin mir nicht weit oben. Nein! Hier ist nicht richtig. Die dringenden Flacken sind auch gerand. Nein! Die müssen hier etwas anschließen. Wie viel da? Gerät? Äh. Habs. Ähm. Ich hab mir gerade runtergefallen. Da ist Vertreter. Okay, raus und wieder rein. Ja. An jeden, der mich hören kann, mein Name ist Kyle Crane und ich sende aus der Quarantäne Zone in Haran. Oberst Tainer und das Verteidigungsministerium haben gelogen. Es gibt immer noch Überlebende innerhalb der Stadt. Sie planen Brandbomben auf Haran abzuwerfen. Sollte dies geschehen, werden Tainer und das Ministerium zu kaltblütigen Mördern. Heilige Scheiße, in der Quarantäne Zone liegt noch jemand. Hey, hören Sie mich? Verstehen Sie, wie geht es denn? Oh, heilige Scheiße. Das war mal echt knapp. Crane, sind Sie das? Hören Sie mich? Was zum Teufel wollen Sie? Wir geben Ihnen eine Chance aus diesem Höllenloch zu entkommen. Ach ja, warum sollten Sie das tun? Ich hab nie rausgefunden, wer Ihre blöde Datei hatte. Meine Mission ist hiermit beendet. Vergeben und vergessen, Kyle. Was wir von Ihnen wollen ist, dass Sie Dr. Zeres Forschungsdaten besorgen und wir schicken Ihnen einen Helikopter, der Sie rausholt. Sie wissen ja, ich kenne den Inhalt der Datei. Ich weiß, dass Sie das Virus missbrauchen wollten. Crane. Oh mein Gott, Sie brauchen das Heilmittel, um Ihren Arsch zu retten. Anders kommen Sie da nicht raus. Sie müssen die Öffentlichkeit überzeugen, dass Sie an einem Heilmittel arbeiten. Das ist eine bösartige Unterstellung, Crane. Bringen Sie uns die Forschungsdaten und alles wird gut. Sie wollen die Daten? Dann warten Sie auf mein verdammtes Zeichen. Savvy, bist du da? Der Verstärker ist installiert. Nein. Wenn du die Seilrutsche benutzt, landest du in der Nähe der Helm-Tunnel. Er führt zurück in die Slums. Ich bin ins Wasser gefallen. Aber es wird sie gleich leer gehen. Okay. Ich komme. Geil, so eine Rutsche würde ich auch mal rutschen. Ja? Geil. Wow. Nein, nein, nein! Da wäre ich beinahe Matsch gewesen. Ja. Hey, Daddy ist da. Ja, wir müssen nach da oben. Ich weiß. Ich sehe den Punkt auch. Ja, gut. Hier waren wir doch schon. Jupp. Hm. Wenn die... Warte mal da ist doch... Ach, der Tunnel ist ja da. Jupp. Stimmt, den Weg habe ich vorhin schon gesehen. Zack. Ja, kann man aufmachen. Äh... Okay. Was denn? Bomben sicher, hier liegen überall Leichen. Hier waren wir doch schon. Kann nicht sein. Okay. Ja. Ja, ja. Der Plan ist bombensicher. Wie geht's? Wird sich nicht hinlegen? Ja, will er nicht. Ja. Oh, oh. Ich höre was. Ach. Ach. Ja, aber ein bisschen. Er schießt wieder rum, noch kommt wieder an. Hat der mich jetzt gerade da getroffen? Das weiß ich. Okay. Das weiß ich nicht. Okay. Oh, oh. Oh... Oh! Ja! Oh! 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 Oh, oh! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.